Die langjährigen Bewohner der Ottergringer Straße 113 haben über die Jahre schon einiges erlebt. Der Bezirk hat sich gewandelt, vor allem muslimische Nachbarn sind dazugekommen. Bis vor kurzem hat das Zusammenleben einigermaßen gut funktioniert, doch seit einigen Monaten fallen ihnen religiöse Feiern unangenehm auf. Wir haben mitbekommen, dass das Geschäftslokal im Erdgeschoss unseres Hauses neu eingerichtet wurde. Erzählt Renate Dumna nicht. Es waren aber nicht gewöhnliche Möbelstücke, sondern Einrichtungsgegenstände für eine Moschee. Auch im Internet wird die Al-Fair-Moschee groß beworben. Immer wenn ein Gottesdienst stattfindet, beklagen die Eigentümer Lärm und fremde Menschen im Stiegenhaus. Dabei hatte man gehofft, dass mit dem Besitzerwechsel die Probleme gelöst wären. Wo jetzt die Moschee einquartiert ist, war zuvor ein exotisches Lebensmittelgeschäft. Dessen alte, laute Klimageräte samt Wasserschaden die Bewohner belästigten. Der Unterschied zum Vorbesitzer war allerdings, dass dieser sein Geschäft ordnungsgemäß betrieb. Im Gegensatz zum muslimischen Gotteshaus. Wir haben uns informiert und die Räumlichkeiten müssen für Geschäftszwecke verwendet werden, sagt Christian Schneider. Nachfragen bei der Islamischen Glaubensgemeinschaft blieben unbeantwortet. Zur Krone heißt es, bei der Al-Fair-Moschee handelt es sich um eine Moschee der Islamischen Glaubensgemeinschaft mit behördlicher Genehmigung des Kultusamts. Die Baupolizei sieht das aber anders. Die Räumlichkeiten sind nicht für Versammlungen genehmigt. Wir werden der Angelegenheit nachgehen. Erforderlichenfalls wird ein Bauauftrag zur Unterlassung der nicht bewilligten Nutzung erteilt. Kritik kommt von der FPÖ. Die Islamische Glaubensgemeinschaft ist bekannt für ihre islamistischen Tendenzen. Daher muss ihre Auflösung als offizielle Vertretung aller Muslime in Österreich erfolgen, fordert der Wiener FPÖ-Chef Dominik Knepp. Danke, surely. Sch pueda. Ich glaube, da war mit mir bei mir. Also erst ein paar Tulio aber auch noch mal in der Kamille desenhantapanze. Mal hier vernunft, wo kein memories, was hat ein Eller než weiselt, oder mal意 MV Event, oder nicht begriff. Ich Colombien zu Fans. Aber dann ist nicht nur eine controação, wo ich mich ist,